ja leute das jahr ist vorbei vielen dank für den ganzen support nächste woche geht es auch wieder weiter wie auch gewohnt dieses jahr ist viel passiert wir haben die szene mal gut aufgemischt und auch ein paar andere leute auch zum ende des jahres und nächstes jahr wird auf jeden fall mindestens genauso krass mit neuen projekten dank für alles und guten rutsch und frohes neues jahr und ja haut rein euer luke und schau